Hallo ihr Lieben und Willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Jurassic World Evolution. Wir gucken gerade dabei zu, wie unsere Strutomimi hier angeliefert werden. Sehr schön. Unser Allrounder Saurus hat uns endlich genügend Vielfalt gegeben, dass wir hier das Sternchen noch ein bisschen weiter ausfüllen konnten. Das finde ich sehr, sehr gut. Und wir haben auch einen fetten Gewinn pro Minute. Die Leute finden das offensichtlich richtig gut hier. So, gucken wir doch mal. Annehmbare Zufriedenheit. Also die Einkaufsbewertung ist immer noch kacke und die Nahrungsbewertung auch. Okay. Ich glaube mal, ich werde hier noch irgendwie so ein Restaurant hinklatschen oder so. Was haben wir denn hier? Spielwaren, Fastfood. Wo war denn das? War ja nicht irgendwo. Restaurant, Restaurant. Das ist wichtig hier. Terrorbeschränkung? Ja, nee. So. Das setzen wir mal hier hin. Damit die Leute hier dann auch brav essen gehen können. Immerhin die Auswahl haben sie hier. Kleiderladung, Faciliengebiet, Fastfood, Bar. So. Restaurant haben sie hier. Souvenirs, Kleiderladen. Ja, gut. Ist halt ein bisschen schade, dass die Abwechslung an Läden hier so ein bisschen kacke ist. Aber mein Gott. Muss man mal. Muss man durch. So. Ich gucke mal, wie wir am besten hier das Gehege bauen. Weil wir haben jetzt hier einen Zaun. Das ist der... Ich glaube mal, ich werde auf jeden Fall einen doppelten Zaun bauen. Aber beim Rex weiß man nie. So. So. Das ist jetzt hier ziemlich voll. Machen wir erstmal ein bisschen von dem Zeug weg hier. Sonst sieht man ja gar nichts von dem tollen Sau, ja? So. Äh, Blödsinn. Ich brauche hier erstmal ein bisschen Wasser noch. Für ein Wasserlöchle. Damit er auf jeden Fall hier immer fressen muss. So. Dann gucken wir doch mal. Gehege. Guckgalerie. Die natürlich wie immer falsch rum ist. Ich werde das nie verstehen. Ganz ehrlich. Ich werde das nie verstehen wollen, dass auch die Fort zu scheiße ist. So. Und dann werden wir hier noch ein... Großes Umspannwerk hinsetzen. Das idealerweise alles hier so abdeckt. So, hier. Hier. Ja, ja, ich weiß, dass da kein Strom ist. Ach, Leute. Auch kein Weg. Ja, ja, ist okay. So. Strom haben wir schon mal. Dann brauchen wir noch einen Weg. Klar, sonst wird das hier nichts. Mit Besucher kommen vorbei und finden den Rexy gut. So. Dann haben wir hier einen Weg rein. Ach ja, kraftvolle Kreatur. So, dann wollen wir doch mal hier den fetten Rex bauen. Wo ist er denn? Da. Boah, der ist aber auch echt teuer, der Junge. Hi, Witzker. Okay, Kumpel. Haben wir dich noch irgendwie... Können wir dich noch schicker machen? Gibt das noch mehr Punkte? Ich mach mal... Steppenmuster hatten wir, glaube ich, noch nicht. So, gucken wir mal. Verteidigung. Angriff. Verteidigung. Lebenserwartung. Der ist ganz schön teuer. Den könnten wir ruhig noch ein bisschen... ...hoch basteln. Oh, Leckgum hier. Ist das ein teurer Sau, wie er dort... Okay. Aber ich werde dort hinten jetzt erstmal noch eine ACU-Station bauen. Das muss ja auf jeden Fall auch erstmal sein. So. Denn ohne ACU haben wir hier keinen Spaß. So, ACU-Zentrum. Hey, ich hab davon eine Tolle gelegen. Nein, die Luzi-Raptoren bauen wir nicht. Die sind scheiße. Ah, so. Euch setzen wir am besten gleich mal so... ...hier in die Nähe rein. Verbaut? Wieso ist das denn hier verbaut? Kommt, Leute. Kann doch jetzt nicht sein. Ist doch hier nicht verbaut. Also bitte. Hallo. Warte mal hier. Oh, das hier sieht gut aus. Plöp. Sehr gut. Nehmen wir erstmal hier den Weg noch ein bisschen weiter. So, dann können wir hier den Weg setzen. Ist hier irgendwie noch Wasser oder was? Dann muss ich hier erstmal... Oh ja, hier war noch Wasser. Aha. Dachte ich's mir. So, jetzt sieht man hier auch, was man baut. Dann kriegen wir hier auch noch so eine Sturmwarnungsstation hin. Die ist mindestens genauso wichtig. Und ein Bunker. Wir brauchen ja erstmal hier so einen Berg an grundlegenden Dingen. Alles nur für die Sicherheit. Mal abgesehen davon traue ich einfach dem Rex nicht. So. Okay. Hm. So, wir könnten jetzt rein theoretisch noch irgendwie so eine Lounge bauen. Ah, wo war das denn? Ich glaube, hier waren die Jägen. So diese Guck-Lounge. Die stellen wir dann einfach so hin. Damit die möglichst viel abdeckt. Und dann haben die Jägen. Ach, hier ist auch noch... Oh Mann, ey. Wie viel Wasser ist denn hier? Ist ja schlimm. So, haben wir jetzt alles? Ich hopps doch mal. So. Dann brauche ich jetzt noch... Na, was brauchen wir noch? Die Monorail. Ja, ich weiß. Die Monorail. So. Die können wir jetzt hier noch irgendwo hin klatschen. Ach, bitte nicht. Das passt doch hier gerade so gut. Kann doch nicht alles verbaut sein, Leute. Okay. Ich gucke mal eben, wo das Problem liegt. Ah, okay. Dann haben wir halt Unmengen an Wasser noch. Okay. So, da müsste jetzt aber hier ein super Monorail hinpassen. Direkt zum Eingang. Ähm, von unserem... Rexy-Gehieger. Ja, perfekt. Super. Okay. Das ist doch hier mal sehr, sehr, sehr nice. Das muss ich nur wieder... Weg... Oh Gott, ich hasse es. Ich will nicht. Ich will nicht. So, warte mal. Von hier aus machen wir das am besten. Schienen bearbeiten. Ach. Oh. Okay, gucken wir mal, wenn ich gibt hier eine Schiene. Oh. Oh. Okay. Okay, das müssen wir offensichtlich hier noch... Ach Gott. Das ist doch kacke hier. So, von hier aus weiter. Ach, so passt es dann wiederum. Sehr schön. Ihr Ruf bei der Wissenschaftsabteilung ist beeindruckend. Wir könnten hier natürlich noch einen super Rundkurs machen, aber das... Ja, nee, lass mal. Ah, okay. Gut. Haben wir das geschafft. Sehr schön. Jetzt muss ich mal wieder ein paar Fleischfresserfossilien finden, glaube ich. Sonst ist nämlich die Sicherheitsabteilung irgendwann beleidigt mit mir. So, was haben wir hier? Parasaurolophus können wir verkaufen. Dann gucke ich doch mal, ob ich jetzt hier irgendwas Fleischfresseriges finde. Die Lophosaurus, das klingt doch gut. So. Jetzt bauen wir ja eigentlich nur noch einen fetten Saurier. Ach ja, stimmt. Und ein bisschen Essen für den fetten Saurier. So. Dickes Essensvorkommen. Und lebend Futter. Okay. Gut. Dann wollen wir doch mal hier unseren Rexy rauslassen. Eieiei. Das wird jetzt wieder lustig. Hallo, Rexy. Schön, dich zu sehen. Brüllen kann er wie ein Großer. Wir sind hoch erfolgt. Einen Tyrannosaurus Rex. Ihr passt willkommen. Einverstanden. So, gucken wir mal. Ah, hier wird automatisch der nächste ACU irgendwie ausgesucht. Finde ich jetzt aber auch nicht schlecht. Okay, gucken wir mal. Ihr braucht auf jeden Fall Nachladetempo. Treffsicherheit. Planung bin ich jetzt auch nicht verkehrt. Und nochmal ein bisschen Treffsicherheit und noch ein bisschen mehr Nachladetempo. Ja. Okay, das ist jetzt zwar ein echter Stromfresser, das Ganze. Stets ein Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten. Äh. Okay, Sinoceratops. Keine Ahnung. Mal gucken, ob ich das finden kann. Ich glaube, das habe ich bisher noch nirgendwo gelesen. Schauen wir mal. Boah, Wattenbrüller hier. Das ist ja mal so ein richtig mega fetter Saurier. Das Mini-Ärmchen sind zwar so ein bisschen sehr peinlich, aber, ne? Ach, Fossilien. Schauen wir mal, was wir jetzt haben. Ihr schlechter Ruf zieht nicht nur Sie selbst, sondern die gesamte Unterhaltungsabteilung nach unten. Nicht cool, Mann. Nicht cool. Bereinigen Sie das. Sie haben den Auftrag und alle Ziele abgeschlossen. Das ist das bestmögliche Ergebnis. Hier müsste man jetzt irgendwie die Möglichkeit haben, nach bestimmten Fossilien zu suchen. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Also, Sinoceratops. Keine Ahnung. Ich meine, Spinosaurus finde ich hier, aber das, was er haben möchte... Sino klingt, als müsste das hier irgendwo in China sein. Wahrscheinlich ist es das hier. Ansonsten habe ich hier... Habe ich hier leider nichts. Das ist ein bisschen blöd. Schade drum. Mal gucken, was wir hier noch haben. Ach, nehmen wir hier mal was mit. Oh, da ist er. Schön. So, jetzt müssen wir leider etwas scrollen. Damit der hier auch in seinem Gehege ankommt. Unterwegs, um Produkt abzuholen. So, das ist doch mal nice hier. Wahrscheinlich werde ich noch ein bisschen Bäume entfernen müssen, sonst sieht man den Jungen einfach nicht. So, aber ich gucke mal, ob ich hier tatsächlich noch einen doppelten Zaun hinkriege. Wie gesagt, ich traue dem Jungen einfach nicht. Transport hat begonnen. Hm. Okay, warte mal. Hm, hier kriegen wir natürlich keinen vorher. Oh. Da war ja was. Ich sollte hier noch einen Eingang für die Ranger bauen. Ha, sonst könnt ihr den nicht versorgen. Äh, ja. So, hier bitteschön. Ah, Velociraptor habe ich fertig. Cool. Sehr schön. So, annehmbare Vielfalt. Einkaufsbewertung ist jetzt auch ein bisschen hochgegangen. Ah. So langsam wird es, auch wenn es jetzt hier noch so ein bisschen schwierig ist alles. Oh, warte mal. Wir könnten natürlich gucken, ob ich diesen Rundkurs nicht einfach hier beginne. Ich muss ja dann hier noch so ein, zwei Sachen umbauen wahrscheinlich, aber das wäre natürlich ein Gedanke. Dass man das, ich weiß nicht, dass ich den Eingang hier so hinsetze und der hier so außenrum fährt. Hm. Schwierig. Chasmusau, das klingt auch... Ah ja, das sind die mit diesen komischen Horndingern irgendwie hinterm Kopf. Auch nicht schlecht. Ah, das ist wirklich langweilig. Was haben wir denn hier Schönes? Kreuzungsprojekte. Indominus Rex Genom. Ach du Scheiße. Das, das klingt irgendwie so ganz furchtbar. Ganz furchtbar gefährlich. So, was haben wir hier? Schönes Zähigkeit der Haut. Also ich weiß nicht, ob ich sowas erforschen möchte. Das geht doch wieder in die Hose, sowas. Ah, warte mal. So. Also ich glaube, ich müsste hier diese Stationen ein bisschen verlegen und dann hier irgendwie hinsetzen. Eigentlich brauche ich diesen Bereich hier nicht, diesen abgespaceden, geschützten Bereich. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein bisschen sinnlos. Weil wir haben ja die Viecher auch nicht irgendwie frei rumlaufen oder so. Und dann würde ich ihn hier einfach außenrum ziehen lassen. So im Rundkurs. Ich glaube, das ist dann auch für die Transportbewertung ein bisschen besser. So. Wie viele Besucher haben wir denn? Der sichtbare Saurier einer. Gäste 21. So, hier seht ihr mal unseren Tyrannosaurus. Ei, ei, ei. Ich bin gespannt, ob er sein Zuhause mag. Ich hoffe, es ist hier groß genug. Wenn nicht, müssen wir anbauen. Oh, das ist eben zu klein. Okay. Gut, dann müssen wir anbauen. Das ist ja nicht das Thema. Wir haben genug Platz hier hinten. Äh, warte mal. Was haben wir denn da für einen Zaun gebaut? Ah, okay, warte mal. Das geht's doch nicht. Das ist ja total bescheuert. So, jetzt aber. So, nochmal. Also, Zaun. Bitte den hier. Bevor Rexy irgendwie giftig wird. Das muss ja jetzt auch nicht sein. So, ist hier dicht. Ja, dann reißen wir hier mal ab. Mister, ich brauche ganz viel Platz für mich. Sonst werde ich böse. So, wo ist er denn? Rexy. Hallo, du musst jetzt nicht den Zaun kaputt machen. Ist das jetzt die Möglichkeit? Echt jetzt? Wieso? Mach was anderes. Ich hasse es. Ich hasse es. Diese Saurier sind einfach furchtbare Diven. So. Du hast so ein mega GE-ge Kumpel. Aha. Ich stresst mal hier nicht so furchtbar rum. So. Der Indominus Rex ist eine erstaunliche Kreatur. Hätte die Evolution Zeit gehabt, naja, wir haben nur ein wenig nachgeholfen. Und das Ergebnis ist spektakulär und wertvoll. Also machen sie nicht den Wert meiner Arbeit herunter. Sonst bekommen sie es mit mir zu tun. Indominus Rex. Ich weiß nicht, ob ich das Ding hier irgendwo haben will. Also, so, wir transportieren ihn jetzt einfach. Also dieser Auftrag, dieser Auftrag könnte uns wirklich beiden helfen. Wir transportieren ihn jetzt einfach von Hinz nach Kunz, in der Hoffnung, dass er dann... Wenn Sie in Strom denken, denken Sie an mich. Cabot Finch. Zuverlässig, sicher und nicht eingebildet. Auch wenn er das sein sollte. Okay. Meine Mitarbeiter sind sehr komisch, finde ich. Sehr, sehr komisch. Aber okay. Oh, hier läuft schon diese Ziege rum. Mal gucken. Oh, die Ziege kann aber echt gut schwimmen. So. Rex, wie bist du jetzt glücklicher? Bitte? Alter, wie groß muss das verdammte Gehege sein, damit er glücklich ist? Wahnsinn. Ist okay, Kumpel. Jetzt bleib mit deinem riesigen Schädel von meinem Zaun weg. Zaun ist nicht. Du kannst dich hier gerne verlustieren, aber nicht am Zaun. Aha. Naja, ich... Ich glaube, Mal, er ist ganz glücklich gerade. Yeah. Na, Digger? Ja. Leben ist schön. Ja. Wow. Ich finde ihn ja schon irgendwie cool, aber er ist halt auch eine kleine Diva, dieser Saurier. Aber zumindest hat er jetzt ein gutes Zuhause und an dieser Stelle verabschiede ich mich auch von euch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich bin gespannt, was wir in der nächsten Folge hier noch anstellen werden, aber ich denke mal, so ein bisschen neue Saurier reinbauen werden wir schon noch. Und hier vielleicht irgendwie so ein Kugelfahr-Dingens. Weil ich meine, die Leute spielen ja gerne mit der Gefahr. Gehst du wohl von dem Zaun weg? Geh weg! Zäune sind kacke. Kusch. Ah, ich weiß nicht. Also der Rex ist schon so ein bisschen anstrengend. Er stimmt mir zu. Ihr Lieben, macht es gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis denn. Tschö!